Hallo, heute koche ich mit dem Thermomix. Viel Spaß dabei, für mich ist es das erste Mal. Ich habe mir eine leckere Kartoffelsuppe ausgesucht. Im Vorfeld hatte ich schon die Zutaten vorbereitet. Zutaten, Kartoffeln, Suppengrün, Brühe, also Gewürze, ist ja nicht viel, Salz, Brühe und Pfeffer. Ja, und dann das gemacht, was der Thermi mir gesagt hat. Also ich muss sagen, mir hat das Kochen sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das macht es mal was ganz anderes. Man hat zwischendurch viel Zeit, gerade bei dem Kochvorgang. Dann macht er ja alles alleine. Also für mich ist die Maschine schon einfach mal einen dicken, dicken, dicken Daumen nach oben. Für Familien zum Beispiel, für mich als Single würde sich das wahrscheinlich sowieso nicht lohnen. Aber ich habe hierfür vier Leute gekocht. Ja, war alle super. Ich habe natürlich bei den Mengenangaben, war ich nicht immer ganz so perfekt. Aber das Endresultat war wirklich sehr, sehr lecker. Was hältst du denn von dem Thermomix? Also die Meinungen sind sehr unterschiedlich, habe ich festgestellt. Aber, also ich sage mal, Preis-Leistung passt hier auf alle Fälle. Wer die Firma Thermomix kennt, weiß auch, dass es richtig gute Qualität ist. Lange Garantie hat. Und, ja, mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen. Wie gesagt, ist eine persönliche Messenssache. Was das mit Kochen zu tun hat, kann man ja auch für sich entscheiden. Ich finde den Thermomix wirklich sehr, sehr, sehr praktisch. Gerade auch, wenn jemand arbeiten geht und von der Arbeit nach Hause kommt. Thermi anschmeißen, Rezept raussuchen und alles drin in den Topf. Also der kann ja alles. Ich bin wirklich, wirklich begeistert. Ich wünsche dir nun viel Spaß mit meinem ersten Kochvideo aus dem Thermomix. Lass gerne ein Like, ein Kommentar oder ein Abo da. Ich bin wirklich, wirklich begeistert. Ich bin wirklich, danke schön. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020